Hallo liebe Leute, das ist Andy Blair wieder von Superfit. Ich bin wieder auf die Messe in Friedrichshafen. Wer wird denken, dass es wieder ein Jahr, das letzte Mal hier war. Wir sind alle jetzt ein Jahr älter. Herbert auch, muss ich sagen. Du weißt schon, ich bin aus Schottland. Mein Deutsch ist nicht immer ganz perfekt, aber ich versuche das gut zu rüberbringen, was ich heute erklären würde. Ich wollte auch sagen, das ist öfter gesagt, dass die Schotten ein bisschen geizig sind. Die sagen, wir haben tiefe Taschen und kürze Ärmel. Du weißt, das ist nicht wahr. Nicht wahr Herbert, du weißt das schon. So, ich wollte dir unser neuestes Produkt schauen und ein bisschen erklären. Und das ist unser neuer Sandal. Ein wunderbares Produkt und ich würde dir jetzt versuchen ein bisschen davon zu erklären. Heutzutage, viele Leute tragen Einlage. Entweder zum Beispiel eine Superfit Einlage oder auch orthopädische Einlage. Und eines Problems ist, dass wenn die Leute nach Hause kommen, die ziehen ihre Schuhe aus und dann gehen sie wieder im Haus. Und normalerweise heutzutage haben wir öfter so einen flachen Boden, so wie dieser Tisch. Und wir wissen, die, die müssen eine orthopädische Einlage haben, den Fuß funktioniert nicht sehr gut auf so einem Boden. Aber jetzt haben wir eine Antwort dafür und das ist eine Sandale. Und diese Sandale hat eine Einlage schon innen drin gebaut. So, wenn ich ein bisschen davon erklären kann. Unsere Mutterfirma von Superfit, das heißt Northwest Podiatric Laboratory. Und wir waren eine von den ersten der Welt, die eine Einlage aus Carbon gebaut haben. Das ist schon seit 46 Jahren. Und diese Carbon Einlage ist ziemlich hart, aber das ist auch ganz weich. Und wir sind eine von den einzigen Firmen der Welt, das kann so etwas machen. Ganz dünn, ganz stark, stabil, aber das bewegt sich auch. Und unsere Technologie in dieser Sandale, wir haben das hier innen drin gebaut. Das ist nicht aus Carbon, sondern ein Material, das heißt auf Englisch Ballistic Nylon. Das hat die gleiche Form wie dieser. Und wir haben dieses System in Sandalen so eingebaut. So, und was ist besonders von diesem System ist, dass erst wir haben die Einlage hier innen drin gebaut. Eines Problem von Sandalen ist, dass es muss von einem Material gemacht oder gebaut. Normalerweise so wie Turnschuhe, so wie öfter auch heutzutage Wandelschuhe. Das ist ein Material, das heißt EVA. Ein Problem mit einem weichen Material, das kann öfter schnell kaputt gehen und nicht so stabil sein. Und wenn wir einfach eine Einlage da drin einsetzen, auf ein weiches Material, wir haben die Unterstützung davon von der Einlage, aber das Problem ist, dass die EVA schneller kaputt gehen wird. Und wie man sieht, öfter Leute im Sandalen laufen, der Fuß kippt so nach innen. Und das heißt wieder Unstabilität oder der Fuß ist in Pronation. Und deswegen haben wir dieses System gebaut, wo innen drin haben wir ein Stoßdämpfungssystem innen drin gebaut. Und das heißt, dass es gibt Dämpfung unter unseren Füßen und unter unserem Körper. Aber das nimmt Drück weg von dem EVA Material. Und das heißt, dass die Sandalen behaupten, dass die Form viel viel länger und viel viel besser. Und noch für mehr Stabilität, wir haben auch dieses System hier unten drunter eingebaut. Und das heißt wieder, dass wir geben viel mehr Stabilität unter dem Fuß, so wie eine orthopädisches Einlage, dass der Fuß richtig bewegen kann, wo es bewegen soll. Und das gibt auch im Torschen, in Pronation und in Supernation, das gibt viel mehr Unterstützung in unsere Gehen. Und man kann sehen, wenn man alle Stücke sehen von diesem System, das wir haben, wie kompliziert das alles ist. Nur für eine, was kann man sagen, eine einfache Sandale. Der Oberflächsmaterial, das ist wieder ein Schaum. Das ist ein bisschen dicker hier im Vorfuß. Und das gibt ein bisschen besser Dampfung im Abrollen vom Fuß. Und wir haben diese Punkte hier drunter unter dem Fuß. Das ist sehr gut für, wenn einer schwitzt ein bisschen. Und das nimmt die Feuchtigkeit auch weg. Das stimuliert auch den Fuß. Und auch imprägniert in diesem Schaum, so wie in der Superfit Einlage, wir haben ein Material, das heißt Agion, da drin. Und Agion ist ein Silbermaterial. Und das ist wieder sehr, sehr gut gegen Bakterien und so weiter. Und dann haben wir ein Strap. Und das hat einen besonderen Namen auf Englisch. Das heißt Boldspan heißt das. Ballerspan heißt das. Und dieses Material ist ziemlich neu. Und das bewegt sich in vier Positionen. Deswegen, das greift und hält den Fuß in eine sehr, sehr gute Position. Und alles zusammen haben wir ein wunderbares Sandal. Das ist gut für Sommer, für Winter. Besonders auch im Haus. Das hält sich sehr gut. Wir können sehr gut abrollen. Im Torschen, ich kann das wenig bewegen. Das heißt, das gibt uns sehr, sehr gute Unterstützung. Und dann haben wir, so wie in allen Superfit Modellen, wir haben eine tiefe Ferse Position hier. Und das ist wieder sehr gut für die Ferse zu greifen und zu kontrollieren. Und auch unser natures Fett unter die Ferse zu halten, dass wir haben unser natures Dämpfungssystem da. Wir haben für Herren und für Damen, dass es sicher eine, dass es dieses Modell ist für einen Damenfuß. Und dann haben wir auch für Herren da. Und das ist unser neuestes Produkt. Ich bedanke mich wieder, dass ihr mein Deutsch wieder zugehört habt. Und ich freue mich wieder, unser neues Produkt auf die ISPO Messe in München wieder zu schauen. Und ich wünsche dir alle einen schönen Tag und ein schönes Jahr. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020